So, angekommen in Nizza und relativ chaotisch hier, also hier befährt jeder, was er will. Und die Leute gehen einfach über die Straße, also Verkehr ist egal hier. Aber wir haben ja was erseckt, das ist eigentlich relativ, also es sieht schon ganz geil aus. Ich zeig's mir einmal. Wir haben noch Fragen, also ich nie mehr. Und so Freunde, das sieht zwar so aus, als wenn wir hier Strandulab machen, was ja fast richtig ist. Also, wir sitzen hier gerade direkt am Strand, haben gerade gegessen, schlöpfen wir jetzt hier noch den Cocktail und werden uns gleich noch die Stadt angucken. Aber ich wollte euch nun mal eben sonnige Grüße schicken, weil ich hab gesehen, in Deutschland ist es relativ, relativ kalt und auch relativ nass. Wir haben hier ungefähr so 20, 22 Grad und schenkt halt die Sonne auf den Pelz und ja, also ich sag mal so, im langärmeligen Hemd ist es schon fast zu warm. Genau. In diesem Sinne, bis dann.